Musik Kollagen ist mit 70% ein ganz wichtiger Bestandteil unserer Haut. Kollagen ist gleichzeitig das Haltegerüst und der Wasserspeicher unserer Haut. Es sorgt dafür, dass unsere Haut in jungen Jahren straff und gleichzeitig glatt aussieht. Mit zunehmendem Alter stellt der Körper leider immer weniger Kollagen her. Unsere Haut verliert dadurch an Elastizität und die untere Hautschicht verformt sich wellenartig. Und genau diese Wellen zeigen sich dann leider auch nach außen hin als Falten. Es gibt verschiedene Arten im Körper Kollagen zuzuführen. So gibt es zum Beispiel zahlreiche Cremes, die mit Kollagen angereichert sind. Durch die oberflächliche Anwendung auf der Haut erreicht dieses Kollagen allerdings nur die oberen Hauptschichten. Falten werden lediglich kurzfristig gemildert. Jetzt gibt es aktuelle Studien, die eindrucksvoll zeigen, dass die orale Einnahme von Kollagen wesentlich erfolgsversprechender ist. So kann das Kollagen über den Blutkreislauf in die tieferen Hautschichten gelangen und dort die körpereigene Produktion von neuem Kollagen anregen. Dadurch werden die Kollagenspeicher wieder aufgefüllt und Falten von innen wirkungsvoll geglättet und reduziert. Die Produkte sollten einfach und möglichst nur einmal täglich einzunehmen sein. Außerdem sollten sie gut vom Körper aufgenommen und verarbeitet werden. Das ist zum Beispiel beim neuen Kollagenpeptid Ferisol der Fall. Dieses in Studien getestete Schönheitskollagen kann von innen in die untere Schicht der Haut gelangen. Besonders schnell und gut gelingt dies, wenn das Schönheitskollagen in flüssiger Form vorliegt. Bei regelmäßiger, also täglicher Einnahme von optimierten Präparaten wie zum Beispiel Atoderma Gold können dann nach etwa 4 bis 8 Wochen Faltenreduktion von bis zu 49% erwartet werden. gert betreffors betreffors Untertitelung. BR 2018